Herr Gottschalk, die Ampel tagt im Krisenmodus, unaufhörlich. Die Presse titelt schon, die Ampel kann es einfach nicht. Gestritten wird über Themen wie das Heizungsverbot und irgendwie ist ein Konsens nicht absehbar. Worauf lässt sich das dann zurückführen? Ich denke, es lässt sich auf den Scheidungsschmerz der FDP aus den Jamaika-Verhandlungen zurückführen und dass die FDP in eine Koalition gegangen ist, in die sie eigentlich von ihren Aussagen der Programmatik des Wahlkampfs nicht hineingehört. Sie hat aus Trotz, um der CDU sozusagen einen Finger zu drehen, ist sie in diese Schuldenkoalition gegangen. Ich hoffe, sie zahlt auch einen hohen Preis dafür zur nächsten Bundestagswahl. Und hier haben sich Leute auf eine Bank gesetzt, die weder vom Intellekt noch vom gemeinsamen Inhalt dorthin gehören. Den Schaden und den Preis zahlt leider das Land und die deutsche Wirtschaft. Den Schaden haben wir auch, wenn wir uns anschauen, wie sich die Kriminalitätsstatistik entwickelt hat. Die aktuellen Zahlen lassen ja Schlimmes verheißen. Wir haben von zwei Millionen Tatverdächtigen über 700.000, die nicht deutscher Staatsangehörigkeit sind. Wie würden Sie das kommentieren? Ich denke, das konnte man 2015 beobachten. Man konnte es in Köln auf der Domplatte zu Silvester beobachten. Die Zahlen lagen schon lange vor. Die AfD hat vor diesen Tendenzen gewarnt. Wir haben Leute ins Land hineingelassen, die eine andere Sozialisation, die eine andere Einstellung zu Frau, Gewalt und anderen Themen haben. Man schiebt nicht ab. Wir haben nach wie vor einen hohen sechsstelligen Betrag, sechsstellige Zahl an Menschen, die abgeschoben gehören, die nicht abgeschoben werden. Frau Faeser verweigert sich. Sie verstößt für mich gegen Grundgesetz und sämtliche Gesetze. Und den Preis zahlen die Bürger, die entsprechend mit Gewalt überzogen werden. Die Polizei hat sämtlich die Kontrolle verloren. In Hamburg jetzt auch. Wir haben offen, dann kann man fast sagen, in Hamburg meine alten Heimat stand Rockerkrieg. Monatlich werden dort Menschen erschossen oder berichten sich selbst oder erschießen andere. Unser Staat hat die Kontrolle verloren. Das Rechtssystem ist löchrig. In Berlin sollen Clans schon bis in die Polizei und Justiz hinein regieren. Wir zahlen den hohen Preis einer Multikulti-Politik, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Und ich hoffe, die Bürger werden bei den nächsten Wahlen endlich wach. Den Preis zahlen die Bürger ja auch für die weiterhin explodierenden Energiekosten. Zum 15.04. werden die letzten AKWs abgeschaltet. Ist das so tragbar? Nein, wie alles. Deutschland hat aus der Geschichte nichts gelernt. Deutschland geht weiter Sonderwege, weil die Altpolitiker wollen weiter mit dem deutschen Zeigefinger die Welt erziehen. Das ist beim AKW so. Wir gehen eben ja auch angesprochen in der Migrationspolitik. Ein Einzelweg werden von unseren Nachbarn damit hinter den Kulissen schon sehr hart angegangen. Mit Recht, wie ich finde. Und bei den AKWs gehen wir wieder einen ideologisch völlig Verbremten, der Pisa-Misere wahrscheinlich zum Opfer gefallenen Politiker. Da hast du einen Weg, der auch ins Nirwana, was die Energiepolitik führt. Und für mich zählen Preise. Ich komme aus der Wirtschaft. Wir haben den höchsten Strompreis auf der Welt, weltweit, nicht in Europa, weltweit den höchsten Strompreis. Wir haben mittlerweile explodierende Energiekosten in Deutschland, nicht nur für Strom, sondern auch für Benzin. Das ist ideologisch getrieben. Unser Land steht, was die Bundeswehr und andere Dinge angeht, mit dem Rücken zur Wand. Wir stehen in der Infrastruktur mit dem Rücken zur Wand. Und das ist der Preis, den wir für diese, ich sag mal, Migrationspolitik der letzten zehn Jahre schon unter Merkel bezahlen. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank.